Christian Lindner war bei der Sendung Maischberger zu Gast und hat sich zum vor der Ampel verursachten Haushaltschaos geäußert. Was er zu sagen hatte, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Vom Krankenmann Europas ist die Rede. Mir wird zugeraunt, Familienunternehmer bereiteten im großen Stil den Wegzug aus Deutschland vor. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Ja, ich kann es auch kaum mehr ertragen. Das ist schon mal ein wichtiges Stichwort, das Lindner hier nennt. Die Deindustrialisierung ist eine empirisch beobachtbare Tatsache. Deutschland deindustrialisiert sich in wirklich atemberaubendem Tempo. Ihr seht, dass die Produktion im verarbeitenden Gewerbe mittlerweile 15% unter den Höchstständen von 2017-2018 ist. Also die Produktion dort ist schon vor Corona gesunken und besonders abgestürzt ist die Produktion in der energieintensiven Industrie, die rund 20% in den letzten zwei Jahren gesunken ist. Also wir sehen einen wirklich einmaligen Absturz, der ja erst recht für Deutschland sehr, sehr ungewöhnlich ist. Da Deutschland ja eine der höchsten und stabilsten Wachstumsraten von den meisten Industrieländern hatte in der Nachkriegszeit, eigentlich seit der gesamten Nachkriegszeit. Aber seit 2018 scheint es bei der deutschen Industrie der Wurm drin zu sein. Und das hat eben sehr stark, jedenfalls in den letzten zwei Jahren, mit der Ampelpolitik zu tun, mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die Energiepreise hierzulande extremst verteuert hat. Ich meine, die energieintensive Industrie, die hat sich ja nicht im Jahr 2022 plötzlich gedacht, so, wir haben jetzt hier in Deutschland 100 Jahre gut produziert, jetzt hauen wir mal alle ab. Und so ohne Grund, nein, der Grund sind natürlich die explodierenden Energiepreise, die die Ampelkoalition durch diese Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die sie auf EU-Ebene andauernd unterstützt hat, die sie mitbeschlossen hat, mit verursacht. So, Herr Margot, Sie sind auch deshalb jetzt hier gefragt, weil Sie FDP-Mitglied sind. Das darf man nicht verheimlichen. Herr Lindner kann das Schwarzmalen kaum mehr ertragen. Wie geht es Ihnen damit? Jammern wir zu viel in Deutschland? Oder gibt es einfach guten Grund zu jammern? Ach Gott, es gibt viele Beschwerden über diese Ampelkoalition, das ist gar keine Frage, aber ich gehöre zur Fraktion der Optimisten. Ja, und ich sehe viele tüchtige Leute, die großartig arbeiten. Dass wir in Deutschland auf der letzten Stelle sind, hat sicher damit zu tun, dass wir keinen Wirtschaftsminister haben. Wir haben einen Energieminister, wenn ich der Kanzler wäre, würde ich sofort ein neues Ressort erfinden, einen Wirtschaftsminister, der... Also, ihr wisst es, Habeck ist Wirtschaftsminister und hier greift das FDP-Mitglied Marquardt natürlich den Wirtschaftsminister an, damit, dass er sagt, wir hätten keinen. Aber ja, die FDP hat ja die gesamte Politik, die die Ampel macht, mitbeschlossen und sie ist sogar für den Haushalt zuständig. Das wichtigste Ministerium in einer Koalition ist nun mal das Finanzministerium und das steht unter Kontrolle der FDP und durch die Sparpolitik, durch das Einhalten der Schuldenbremse verschärft die FDP gerade die Deindustrialisierung, die wir erleben. Also, auch die Energiekreisbremsen, die ja diesen Kreisschock zumindest etwas abgefedert haben, werden jetzt früher ausgesetzt. Alles Dank Finanzminister Lindner, der unbedingt die Schuldenbremse einhalten will. Stimmung macht, der ankurbelt, so wie Graf Lambsdorff oder Ludwig Erhard, das fehlt uns, aber trotzdem... Also, Ludwig Erhard's Wirtschaftspolitik war nicht deswegen erfolgreich, weil er Stimmung gemacht hat oder so einen Schwachsinn, sondern weil wir damals die richtigen makroökonomischen Voraussetzungen hatten. Wir hatten niedrige Zinsen, wir hatten niedrige Inflation, wir hatten Löhne, die entsprechend der Produktivität stiegen, wir hatten feste Wechselkurse. Also, wir hatten alles Dinge, die wir heute nicht mehr haben. Wir haben eine Zentralbank, die heute die Zinsen von 0 auf 4,5 Prozent innerhalb eines Jahres hochschraubt. Das ist völlig irre, was wir gerade erleben. Dafür gibt es auch überhaupt keine Rechtfertigung. Also, ihr seht gerade die Denostralisierung, die hier in Deutschland läuft. Das wird natürlich durch Zinserhöhungen, wie sie die EZB gerade beschließt, nochmal verschärft. Wir sehen auch einen katastrophalen Absturz im Bausektor. All das dank der Zinserhöhung der EZB. Also, wir hatten damals eine Bundesbank, die nicht so wild die Zinsen hin und her hat schwanken lassen. Das ist dann erst ab den 70ern gekommen. Glaube ich, dass die Mehrheit der Leute, über 40 Millionen in Deutschland arbeiten, ja, die tun was für dieses Land und die halten das in Schwung. Das machen nicht die Politiker. Frau Marinitsch, jammern wir zu viel über Deutschland? Ja, aber die Politiker sorgen da gerade dafür, dass alles schlimmer wird. Ich hatte euch gerade die Zahlen zur Industrieproduktion gezeigt. Die sind ja eindeutig. Die kann man ja nicht wegdiskutieren. Schon hat Christian Lindner hier einen Punkt. Also, grundsätzlich mag ich diesen Kritikpunkt an uns selbst. Also, ich finde das eine gute Selbstkritik, dass wir viel jammern. Und ich finde es auch gut, optimistisch sein zu wollen und immer eine gute Erzählung zu sagen. Ja, wenn man gute Gehälter bei den Mainstream-Medien kassiert, dann kann man das natürlich sagen. Aber wir hatten kumulativ 2021, 2022 rund 5 Prozent Reallohnverlust. Also, die breite Mehrheit der Bevölkerung, die hat enorm ein Einkommen verloren. Die besonders wenig Einkommen hatten, hat es besonders hart getroffen. Die suchen, die suche ich auch oft. Ich glaube allerdings, dass wenn Christian Lindner jetzt nicht Teil der Regierung wäre, dass er sehr anders auf diese Lage blicken würde und auch sehr anders reden würde. Qua Amt hat er jetzt quasi diesen Optimismus auszustrahlen. Und ich finde es gefährlich, wenn Optimismus wirklich Probleme überdecken soll. Also, ich finde es, es macht mich nicht optimistisch, wenn Personen, die an der Verantwortung sind, die Missstände, die es gibt, die sich an vielen Stellen zeigen, sei es jetzt Ergebnisse im internationalen Vergleich, was Bildung angeht, wie es in unserer Bürokratie aussieht, Digitalisierung. Wir haben nicht die Ergebnisse, wo man sagen kann, es läuft alles super. Und dann macht es mich eher pessimistisch, wenn wir nicht mal in der Lage sind, eine ehrliche Problemanalyse zu machen und zu sagen, okay, das und das und das läuft gerade nicht. Das, das, das wären unsere Lösungen. Und dafür sind wir da, dafür stehen wir ein. Da habe ich irgendwie das Gefühl, man will jetzt so den Frieden herbeireden. Und es gibt einen Grund für den Unmut in der Republik. Und viele Menschen, sei es beim Bahnfahren, sei es an den Baustellen auf der Autobahn, sei es an der Behörde, sie spüren etwas, funktioniert nicht so, wie man es kannte. Und ich finde es eigentlich einen guten Moment, wenn alle das zurückfordern. Und ich finde es auch nicht pessimistisch oder jammern, sondern eigentlich eine Fürsorge fürs eigene Land. Und da spricht der Parteichef der FDP. Ja, wir haben seit Jahren riesige Probleme. Steigt da einmal weiter steigende Altersarmut, 24 Prozent Kinderarmut mittlerweile. Also die ist ja jahrelang stabil bei 20 Prozent gewesen. Jetzt durch den Energiepreisschock, durch die explodierenden Preise bei allen wichtigen Grundgütern, bei Nahrungsmitteln, bei Energie, ist die Kinderarmut mittlerweile auf 24 Prozent gestiegen. Welchen Anteil hat denn die FDP, Frau Amann, an dem, was zu beklagen ist in diesem Land, in der Ampel? Wenn Sie das jetzt nicht gefragt hätten, hätte ich von mir aus eingeworfen, dass ja die FDP selber zu den Schlechtrednern speziell dieser Koalition gehört. Also wenn es einen... Die Koalition macht keine schlechte Politik. Nein, nein, nein. Wie wird nur schlecht geredet? Gott, also diese Journalisten, ihr habt es gemerkt. Ich habe die ersten sieben Minuten schon übergesprungen gehabt, aber anscheinend hätte ich das gesamte Gequatsch überspringen müssen. Das ist ja wirklich furchtbar, was die hier von sich geben. Also wirklich nur solche Regierungspropagandisten. Der eine ein bisschen liberaler, der andere ein bisschen konservativer, aber alle auf der gleichen Linie. Ich glaube, die Regierung ist ja eigentlich ganz gut, während die Mehrheit der Wähler etwas völlig anderes denkt. Also man hätte ja beispielsweise mal wen vom Makroskop hier einladen können oder keine Ahnung, wen von den Nachdenkseiten. Dann hätte man mal eine andere Position drin gehabt. Dann hätten die die Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, angesprochen. Ich meine, dass keiner der Lindner eben mal widersprochen hat, der diese Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, als Gejammerer bezeichnet hat. Also das zeigt schon, dass diese Journalisten entweder ökonomisch nicht gebildet sind oder dass sie das Regierungsnarrativ vertreten oder beides. Wenn es einen Koalitionspartner gibt, der eine enorme Unzufriedenheit immer wieder nach außen signalisiert mit den eigenen Beschlüssen, dann sind das ja die Liberalen. Das ist aber kein Jammern, sondern einfach politische Arbeit. Gut, das ist jetzt eine Frage der Wahrnehmung. Kommt doch auf die Person an, würde ich sagen. Oppositionsarbeit in der Regierung, sagen Sie. Das ist ja sozusagen die Regierungsopposition, die uns in der FDP im Moment begegnet. Und ist das gut oder schlecht? Es ist merkwürdig, denn wir haben ja eine Opposition, die macht gar nicht so schlechte Arbeit in den letzten Jahren. Da wünscht man sich von der Regierung im Moment schon ein gemeinsames Vorankommen. Das hilft ja auch der FDP nicht, muss man sagen. Weil? Schaut man sich doch die Umfrage und Wahlergebnisse an. Um die 5 Prozent? Zumindest, es stärkt ja jetzt nicht das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit einer Partei, wenn die eigene Regierungsarbeit ständig von intern irgendwie kritisiert wird. Aber die Wähler erwarten auch von... Ja, aber die Koalition macht ja eine furchtbare Arbeit. Dass man da intern Kritik übt, wäre ja ganz gut, wenn man solide Kritik hätte. Wenn man aber die Schuldenbremse noch härter einhalten will, wenn man noch mehr Geld in die Ukraine pumpen will, wenn man noch mehr Geld für Aufrüstung verpulfern will. Also dann ist das ja keine valide Kritik. Das ist ja das, worüber sich die FDP beschwert hat. Also solche Leute wie Strack-Zimmermann, die fordern ja eine noch stärkere Aufrüstung. Der FDP, dass sie in diesem seltsamen Trio die marktwirtschaftliche Position vertritt gegen zwei linke Parteien, das ist wirklich ein... SPD und Grüne haben zusammen mit der FDP für einen Reale Unverlust von 5 Prozent gesorgt. Das ist keine linke Politik. Die beiden haben eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert. Die Gewerkschaften hatten in der Mindestlohnkommission gefordert, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Wer hat das verhindert? Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Also ich glaube, Mindestlohnerhöhung verhindern, das ist keine linke Politik. Krankenkassenbeiträge erhöhen. Steuern für die Mehrheit der Bevölkerung zu erhöhen. Auf Gastronomie, Gas, Fernwärme. Das ist keine linke Politik. Subventionen für die Landwirte zu kürzen, damit die Lebensmittelpreise steigen. Das ist doch keine linke Politik. Balanceakt, das ist sehr schwer. Sie sind unter 5 Prozent gelandet. Sie sind unter 5 Prozent gelandet in Bayern, sonst wären Sie jetzt noch im Land. Ja, fürchterlich. Möglicherweise auch. Es ist sehr schwer, diese Situation. Gut so, und wir können nur hoffen, dass die FDP aus dem nächsten Bundestag rausfliegt. Also ein Bundesfinanzminister, der so dermaßen weit von der Realität entfernt ist, dass er die Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, nicht nur aktiv befeuert, sondern gar nicht sehen will, der verdient es nicht, in der Bundesregierung zu sitzen. Und so eine Partei sollte schnellstmöglich aus dem Bundestag fliegen. nicht so schnellstmöglich aus dem Bundestag fliegen, weil es dann auch mehr, wenn wir die Kimse anzahlen haben. Vielen Dank.